Hallo und herzlich willkommen, wir stellen Ihnen heute den Online-Forex-Broker ActiveTrades vor. ActiveTrades ist ein Broker mit Sitz in London und wird demnach auch durch die britische Finanzaufsicht FSA reguliert. Wir zeigen Ihnen heute, wie einfach und schnell Sie ein Konto bei ActiveTrades eröffnen können und wie Sie dann dort mit der zugehörigen Handelsplattform Metatrader 4 die ersten Trades platzieren können. Wir starten dazu hier auf der Seite von deutsch.fxbroker.de. Hier finden Sie bereits umfangreiche Informationen zu ActiveTrades und hier können Sie ganz einfach mit einem Klick auf diesen orangenen Button auf die Seite von ActiveTrades gelangen. Hier auf der Seite von ActiveTrades haben Sie dann sofort die Möglichkeit, mit diesem Registrierungsformular ein Trading-Konto zu eröffnen. Sie müssen dazu im ersten Schritt nur hier Ihren Vornamen, Nachnamen, eine E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer angeben und dann können Sie hier unten schon auf den Button Nächster Schritt klicken. Ja, Sie haben dann sofort nochmal die Möglichkeit hier, sich für das Demokonto zu registrieren. Dazu gibt es dann nochmal hier Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Ihre Stadt an und dann auch ebenfalls nochmal die Telefonnummer. Und dann können Sie auch noch hier abend wählen, ob Sie den Newsletter von ActiveTrades erhalten möchten oder nicht. Das Ganze ist natürlich nur optional und dann klicken Sie hier unten wiederum auf den Button Registrieren. Ja, und im nächsten Schritt bekommen Sie dann hier schon die Meldung, dass Sie in Ihrem E-Mail-Postfach eine E-Mail von ActiveTrades erhalten haben sollten. Dort finden Sie Ihre Login-Daten für die MetaTrader 4 Plattform. Sie können dann auch direkt aus dieser E-Mail herunter die MetaTrader 4 Plattform herunterladen. Sobald Sie das dann gemacht haben, können Sie sich dort in Ihr Konto einloggen und wir zeigen Ihnen jetzt nochmal, wie dann die Handelsoberfläche bei dem MetaTrader 4 in Ihrem ActiveTrades Konto aussieht. Ja, und so sieht Ihre Handelsoberfläche dann im MetaTrader 4 aus. Sie sehen hier oben auch schon, Sie sind in Ihrem ActiveTrades Konto eingeloggt. Das steht hier links oben und Sie haben jetzt hier die Möglichkeit, verschiedene Anordnungen in Ihrem Tradingübersicht vorzunehmen. Sie haben hier links erstmal die Möglichkeit, verschiedene Währungspaare auszuwählen. Diese können Sie alle jeweils hier in dieses Chartfenster hineinziehen. Wenn Sie hier zum Beispiel den Neuseeland-Dollar traden möchten, dann können Sie diesen hier einfach reinziehen. Sie sehen dann hier oben jetzt den Neuseeland-US-Dollar-Kurs hier in diesem Chartbild. Dieses Chartbild können Sie auch noch nach Ihren Vorlieben anpassen. Sie haben hier zum Beispiel die Möglichkeit, den ganzen Chart hier als Linienchart anzeigen zu lassen oder aber auch als Balkenchart oder aber auch, wie von den meisten Tradern genutzt, im Kerzenchart. Weiterhin haben Sie natürlich hier die Möglichkeit, hier den Zeitraum für den Chart anzupassen, hier zwischen einer Minute oder 30 Minuten oder bis hin zu einem Tag oder aber auch monatsweise hier die Charts anzeigen zu lassen. So können Sie natürlich hier verschiedene Signale bzw. auch Formationen im Chartbild erkennen und auf verschiedenen Chart-Ebenen dann auch analysieren. Ja und jetzt haben Sie natürlich hier noch die Möglichkeit, verschiedene Trades auszuführen. Sie haben dazu verschiedene Optionen. Sie können einmal hier oben links auf dieses kleine Häkchen klicken. Dann öffnet sich hier unten sofort die One-Click-Trading-Option. Sie haben dann ganz einfach die Möglichkeit, hier mit einem Klick auf den Buy-Button oder den Sell-Button schon eine Order zu platzieren. Sie müssen also dann keine weiteren Angaben machen und können hier ganz einfach mit einem Klick eine Order eröffnen. Ja und alternativ haben Sie noch die Möglichkeit, hier oben auf den Button Neue Order zu klicken. Wenn Sie darauf klicken, dann öffnet sich hier sofort dieses Bestätigungsfenster. Sie haben dann hier nochmal die Auswahl, sehen hier den Basiswert, den Sie ausgewählt haben und haben dann zusätzlich die Möglichkeit, hier einen Stop-Loss zu wählen oder auch einen Take-Profit. Und dann können Sie danach anschließend hier auf den Button Sell-By-Market oder Buy-By-Market für die Call- oder Put-Option klicken und dann wird Ihre Position auch schon eröffnet. Ja, wenn Sie jetzt zum Beispiel hier mit der One-Click-Trading-Option auf die Buy-Option klicken, dann sehen Sie sofort hier nochmal diesen Risikohinweis. Den können Sie einmal akzeptieren, dann bekommen Sie den auch in Zukunft nicht mehr angezeigt. Und dann sehen Sie auch sofort, Ihr Trade wurde ausgeführt und Sie können dann hier unten in der Kontoübersicht Ihre Trades verfolgen. Sie sehen dann hier unten in der Position Ihre offenen Orders und auch hier die Positionen, die Sie erhalten hier zum Beispiel auf den Neuseeland-Dollar, US-Dollar und hier hinten rechts sehen Sie, wie die Position aktuell liegt im Gewinn oder Verlust und dann haben Sie jederzeit hier die Möglichkeit, hier mit einem Klick auf das X die Position zu schließen, um dann Ihren Gewinn einzufahren, falls die Position im Plus liegt oder Sie aber auch hier den Verlust begrenzen möchten. Ja, insgesamt geht die Anmeldung bei ActiveTrades für das Konto sehr, sehr schnell. Sie haben auch sofort die Möglichkeit, sich hier den Metatrader 4 herunterzuladen und mit dem Trading zu starten. Diesen können Sie sich dann natürlich beliebig einrichten, so wie Sie das selbst am liebsten möchten. Wenn Sie zum Beispiel auch mehrere Bildschirme nutzen, können Sie natürlich hier auch die Chartbilder so anordnen, dass das für Sie alles passt und Sie in der Übersicht hier Ihre besten Analysen treffen können. Und wenn Sie jetzt gleich hier bei ActiveTrades auch noch ein Konto öffnen möchten, dann klicken Sie einfach auf den folgenden Link. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg beim Traden. Vielen Dank.